Was spielst du denn Sie-Du-Sie? Sie-Du-Sie. Ich spiele heute Sie-Du-Sie. Sie-Du-Sie? Das ist auch ein schönes Instrument. Ja, das ist ein schönes Instrument, das kommt aus einem fernen Ohrigen. Sie-Du-Sie. Sie-Du-Sie. Ach, guck. Jeden Sonntag, 7.14.21. und so weiter, Winter of Love, als die Schaumburg-All-Star ist für euch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Viel Spaß mit uns.